Jetzt sag mal was! Jawoll! Herr Kollege, Sie haben mal den Dach abgedreht, damit Sie kein Gewicht schütteln. Genau das! Die Dach lang gehängt. Wäre ja heute gut. Das ist mir gar nicht. Das ist auf jeden Fall einmal reinraut. Einmal reinraut, ja. Da braucht man noch einmal reinraut. Sauber, sauber! Die junge Technik, ne? Meine gesamte Eisenbahn ist so verlichtet. Ja, genau. Ja. Das hat man sofort gemerkt. Ja. Als ich umgestellt habe, also diese Eisenbahnleuchten auf LED-Leuchten, brauchte ich einen Trafo weniger. Ja klar, weniger Strom. Ja, genau. So. Ja, so. Ja, möchte ich aber sagen, bei YouTube auch zu sehen sein, ja. Ja, aber ich mach das erst am Wochenende. Also heute noch nicht so. Nee, heute nicht. Heute käme ja nicht so. Nee. Das Gute daran ist, die Kamera ist so schön klein. Jo. Alles gut. Also okay, du kannst mal drei Minuten, oder? Welche YouTube? Ja, zehn Minuten. Zehn Minuten kann ich. Ja, ich hab von dir nicht so lange gesehen. Ja, doch. Ja, man muss aber sagen, sein Rad-Informationssystem funktioniert nicht. Ja, der schreibt nie rein, dass er neuen YouTube-Kreiber hat, ne? Man muss immer gucken. Ja, würde ich ja schon erwarten, dass da kommt, mit dem neuen Film im Fernsehen, oder so. Nein. Ja. So viel Zeit hab ich nicht, um dauernd zu recherchieren, ob Ziggy Tube wieder was Neues hat. Nein, unter MalTV1. MalTV1. Ja? Ja. Ja, ist doch ein Pressesender. Ich bin nur hier von der Presse heute. Hahaha. Die würden mal weit weg gehen, wenn die runter krachen. Kann der Bürgermeister nicht helfen, mal? Ist der Fach- und Sachkunde? Ja, der ist Elektriker. Aber das ist schon Jahre her. Ja, Jahrzehnte. Ich geh unter YouTube rein, unter MalTV. Ja, MalTV1, ja. Aber ich kann aber den Link, ich lade das erst am Wochenende hoch, ne? Ja. Ich schick den Link am besten an euer Büro. Ja, macht den gut. Ja. 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 Ja.